Das ist ein ganz einfaches Sager. Ja, kenne ich. Danke schön. Dann rollen wir mal rauf. Das ist hier tatsächlich mal ein anderes Schienmodell, als das, was ich sonst von den Begun Coaster kenne. Haben wir überhaupt? Man sitzt sehr bequem. Das muss ich mal so sagen. Eine kleine Kopfstütze hat man auch. Ist das nicht ein Pferd? Das ist besser, bitte. Dann rauf. Das ist besser. Dann rauf. Dann rauf. Das ist ein interessantes Layout, wir haben tatsächlich hier, es war nur ein Lift, aber mit dieser Kurve da drin, das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Wow Leute, der ist um einiges länger als ich von außen gedacht habe, schaut mal wie lang der Lift da noch aufgeht. Was für ein geiles Layout. Der Rollenч Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht nachrichtig anders aus Okay, seid ihr bereit? Ich bin's! Alpspitzcoaster in Nesselland Und ab geht die Fahrt Ja, ein bisschen bremst da ab, aber... Wow! Wow! Wuhu! 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 Wuhu!